So Leute, wir sind wieder da zurück und ja, wir gehen direkt ins nächste Match hinein. So, ja, ich habe leider meine letzte Runde... Nein, ich... Cancel. 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 Alter Vater. Go Home. Tag. Da. Den rein. Tag. Jetzt. So, wenigstens das. Ich brauche das jetzt. Ich habe ja zwei Commander. So, und da könnte es unter Umständen tatsächlich einfach Sinn machen. Ein Panzer, wieder so ein Teil. Die, mit denen warte ich jetzt mal. Und dann lassen wir es einfach mal laufen. Ja, drei Sterne. Let's go. So, und da ist jetzt auch meine letzte Box offen. Es kann einfach nicht sein, wie das Ganze hier läuft. Jetzt nach diesem Match. Ja, das Match hoffe ich. Es kann einfach nicht sein. Es kann ja nicht sein. Hm? Klär uns auf. Was kann nicht sein? Nein, ich mache es anders. Ich nehme jetzt erstmal den Sneaky Ninja. Der soll das da unten platt machen. Dann hoffentlich... Er geht natürlich genau an die falsche Stelle. Dieser blöd, Horst. Und... Ähm. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die da noch irgendwas reißen. Nein, drei Sterne. Aber die werden natürlich für einen Laser platt gemacht. Okay, zwei Sterne. Ja, gut. Okay, ich bin jetzt fertig. Das kann nicht dein Ernst sein. Oder? Ja, ich glaube es dir ja, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe noch drei Kies und du bist so früh fertig. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du da irgendwie abbrechen drückst oder keine Ahnung was. Ich mach gar nichts. Ich bin ganz normal, so wie du auch. Ja, wieso bist du dann so schnell da durch? Weil ich besser bin als gut. Ich laber keinen Käse, ehrlich. Ohne Mist. Ich hab einfach die beste Taktik gegeben. Ich hab halt hier nur... Guck dir das doch mal an. Ich hab doch auch nicht viel. Ich hab drei Panzer und ein... ein... äh... Ding. Ein Bazooka. Aber ich sag's mal so, kommen wenigstens zwei Sterne geholt. Insofern alles... Ach du Schande. Ist das euer Ernst? Da hinten kann ich schon nochmal... Das ist gut. Und ich werde jetzt hier einfach direkt auf... Wie stark ist diese Kanone? Normale? Ja, ich hab keine Ahnung. So... So, ich geh jetzt diesen Job weg auf. Kann ich mir einfach ohne Gems holen. Ballert die alle weg, ballert die alle weg. Sehr gut. So, die sollen jetzt da hinten die Dinger holen. Okay. Let's go. Jetzt hab ich auch zwei Airdrops. Nein, du hast nicht wirklich mit der Bombe dahin geflatscht, du. Gottverdammter. So. Schon zwei Spells. Jawoll, drei Sterne geholt. Drei Sterne geholt. Mein Gott. Okay. Mit zwei Airdrops ist das ja wirklich viel einfacher, ne? Ja, wenn man diese komischen Dinge hat, die er direkt nach hinten geht. Mhm. Ich muss halten, ich muss halten. Okay. Ja, heilen hab ich nicht mehr drin hier gerade. Ja. What? What? Okay. Da hab ich morgen mit drei Stern. Ja, das ist schön für dich. Find ich auch. Wie soll ich denn das machen? Ich kann das eigentlich nur so rum machen, dass ich mit denen jetzt hier angreife. Und dann... die erste Hütte haben wir auf jeden Fall da um. Ja. Perfekt. Perfekt. Vier Panzer mit drei auseinander genommen. Nice. Also vier Panzer mit drei... Äh, vier Panzer mit drei... äh, vier Panzer mit drei... Panzern plus ein Besucher. So. Die Taktik von mir gefällt mir. Ja, ich kann eigentlich mein Ding jetzt hier abbrechen, weil das macht jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Das jetzt überhaupt keinen Sinn mehr macht. Verlierst du? So. Ich kann... da maximal jetzt noch einen Stern rausholen, aber ich glaube nicht mal, dass mir das gelingt. Das Niki Ninja ist zwar geil, aber ich glaube nicht. Alter! Doch, der hat sogar noch den einen Stern geholt. Also zwei Sterne. Ich hab wieder. Und... das war's. Ja, da kann ich eigentlich End Battle machen. Das ist Käse. End Battle now. So, zwei Sterne hab ich ja geholt. Und hab damit die nächste Truhe. Okay. Ja, die nächste Truhe schon. Ja, zwei! Ahhhh. 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 Sind wir wieder witzig? Sind wir wieder witzig? So. Also. Mh. So. Ich weiß gar nicht, sind das hier? Ich müsste es einfach probieren, ne? ich müsste es einfach probieren aber ich müsste wahrscheinlich erst mal diesen blöden ding da down bekommen diesen tower da und dann vermute ich ist das ganze macht diesen tower down ich glaube wenn der tower down sein sollte nein der tower ist natürlich nicht da ich lasse die jetzt mal fliegen ich gucke mal ob die von denen überhaupt angegriffen wird oder ja doch man okay das funktioniert schon mal nicht das funktioniert schon mal nicht 21 stelle noch dann bin ich in gold nachkommen das ist einfach lächerlich gerade ich habe so schlechte so schlechte truppenzusammenstellung dass ich überhaupt nicht weiß was ich da am besten rausholen sollen ohne platz das ist so miserabel durch diesen blöden das ist so zum verrückt werden das ist so zum verrückt werden also wir versuchen es trotzdem weiter bei diesen blöden tesla tower das ist jetzt nicht dein ernst dass du da tatsächlich jetzt eine bombe ich habe mich auf den ton geschossen so er holt jetzt erst mal das hier alles down okay mach doch mal diesen also wenn er das jetzt verliert wenn der panzer von dem gorilla blatt gemacht wird verstehe ich die welt nicht mehr das ist einfach nicht zu glauben der panzer wird vom gorilla blatt gemacht bitte der panzer wird vom gorilla blatt gemacht es ist kein witz der panzer wurde vom gorilla blatt gemacht das ist unglaublich der panzer wurde vom tatsächlich vom gorilla blatt gemacht der panzer wurde vom gorilla blatt gemacht ja immer noch juchu machst du immer noch so viel kies so Nein, ich geh da gar nicht mehr drauf ein, weil es ist sinnlos, darauf einzugehen. Uppert, jetzt zeigt doch mal selbst, was ihr könnt. Ihr seid mega schlecht, super. Das ist die Wunsch. Guck mal, ich kann jetzt mal, mein Gott, mein kann ich jetzt noch ausmachen. Machen wir noch mal. Wie viele kommen denn da noch raus? Oh mein Gott. So viele Gards. Guck mal. Alter, wo geht ihr lang? Ist das euer Ernst? Wo geht ihr lang? Das kann nicht wahr sein. Die hätten einfach nur geradeaus durchlaufen müssen. Einfach nur geradeaus. Nein, wo laufen sie lang? Nach unten. Sie laufen einen Umweg nach unten. Welchen Sinn ergab das jetzt bitteschön? 0,0 Sinn. Es tut mir leid, ich raste gerade hart aus. So, was ist denn das jetzt? Na gut, geht. Das ist gut. So, zweifach Rage. Ja. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Ich hab zwei Rages. Und hat die ganzen einfachen Truppen. Damit zerstört man einfach alles. Da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Du wärst den Job auf dem gleichen Level wie du, ne? Ehrlich? Ja. Verdammt. Ja. Damn. Das war jetzt nicht die beste Situation, um anzugreifen. Warum? Warum? Weil du schaffst's. Natürlich hab ich das. Nein. Ja. Nein. Nein. Das schaffst du. Ich hab einen Fehler. Warum bin ich nicht einfach oben rumgelaufen? War ich mir so sicher? War das die Truppen das einfach backen? Ich glaub, ich raste gerade echt aus, ne? Nein, den will ich nicht haben. Ich raste gerade aus. Das kann doch einfach nicht sein. Alter, das kann nicht sein. Warum bin ich nicht einfach oben rumgelaufen? Dreisteiner. Ja, toll. Jetzt drücken wir noch einen rein. Ich hab dir gesagt, das ist nicht gut, dass du gesagt hast. Das hätte normalerweise, wenn ich einfach oben rumgelaufen wäre, hätte ich auch wenigstens Sterne geholt. Verdammt. Ja, bist du aber nicht. Ja, weil ich gedacht hab, ich krieg die da mit klein. Ich sag dir das Sprichwort. Ähm. Ich hab jetzt vergessen. Naja. Zerstört jetzt einfach alles hier. So, drei Sterne. Feierabend. Schluss mit lustig. Drei Sterne. Ja. So, nochmal die gleiche Brutalo-Taktik. Das ist wirklich mit der Brechstange. Einmal komplett durchgeballert, ey. Oh mein Gott. Die haben genauso. Aber das ist egal. Ich probier's jetzt einfach. Ich hab ja Rage. Und den zweimal. Guck mal, der Kommander sowieso. Ja. Der wird sowieso verdienen. Von da ist. Ja. Tschüss. Ja, man. Und wenn der jetzt noch mit drin ist. Dann geht's los. Zack. Zerstört jetzt einfach alles. Alles zerstören, was da ist. Bitte zerstört einfach alles, was noch da ist. Bitte. Nein. Bitte. Bitte. Oh mein Gott. Hast du knapp geschafft, nein? Ja. Das war wirklich mega knapp. Okay, dann rede ich halt doch nicht mehr Gold. So. Hättest du. Wärst du kurz vor Gold gewesen, oder was? Ich bin kurz vor Gold. Neun Trophäen vor Gold. Tja. Würde ich sagen. Das tut mir so leid. Dann hätte ich irgendwie hier Titel nehmen. Ich werde selbst daraus denken. Ah. Ja. Das war ganz einfach. Kurz vor Gold. Bei mir sind die Prozente fast leer. Ja. Warte mal. Ich muss noch mal sehen. Hier ist bei mir jetzt noch ein Pazer. Ja. So. Da kann ich ja noch. Doch. Mach ich auch noch eins. Nein. Nein. Du bist ja noch mittendrin. Ich bin jetzt fertig. Sorry. Meine sind jetzt gerade rein. Nein. Du bist noch gar nicht fertig. Nein. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt überhaupt nicht. Das zählt überhaupt nicht. Gleichberechtigung für alle. Das zählt überhaupt nicht mein Freund. Das zählt gar nicht. Das ist nicht gut. Da geh ich raus. Ja. Dann hörst du jetzt sowieso auf. Nein. Ich auch. Aber die greife ich nicht an. Das weil das ist nicht gut. So greif ich lieber die hier an. Weil die kriege ich wenigstens auch down. 44. Also ich muss eigentlich eigentlich muss. Holter. Was ist das? So. 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 und so da ist es auch so ein bisschen kreisförmige formation alter was die alles dadurch war dann macht diesen tesla tower down der müsste jetzt eigentlich verlieren genau drei sterne mit zwei sterne okay wir sind beide fertig wir sind beide fertig ich bin jetzt bei 11 von 11 wollen wir jetzt eigentlich du bist ja schon bei vier stellen wo wir jetzt eigentlich noch das spiel kurz in gold kommt von mir aus du freust dich doch dann oder ja ich freue mich dann du freust dich dann wenn du dann noch in gold kommt also dann machen ich bin doch ein ein lieber vater deswegen das sind ein ein lieber guter vater ich warst du bist ein waschbär dass du auf gold kommst heute sollte eigentlich war statt dass du morgen auch mit fünf sternen so bist du ich bin trotzdem noch nicht mal früher fährlich als du die unteren drei sterne let's go aber wenn ich dann fertig bin wenn ich in gold bin haben wir dann jetzt bitte diesen komischen komische ding da dauern und es dauern ist dann habe ich meine drei sterne wieder es ist wirklich das ist halt einer der gründe leute also guckt euch an das ist halt einer der gründe warum das gemacht wurde ja also warum die das inzwischen so machen dass das zufällig irgendwo zugeordnet wird weil wenn du diese armeen hier hast das sind jetzt nur diese armeen hier hast und dann kann der gegner eigentlich kaum noch gewinnen außer wenn er lauter picture da stehen hat ja aber ansonsten hat er keine chance das ist einfach unfassbar die ballern da rein ohne ende ja drei sterne ich bin in gold cool freue ich mich für dich okay danke so macht doch den letzten kampf fertig und dann bin ich hier kommen ja ich kann jetzt gucken weil ich muss jetzt den richtigen zeitpunkt einsetzen mein gott ich bin gold ja mein gott wir sind so ein panzer da und bekommen die müssen auch den da bekommen dann haben wir nämlich wieder drei sterne und ich bin in gold und fünf prozent ja ich bin gold gucke ich freue mich für dich sehr geil sehr geil ich habe jetzt 138 unterschied 1062 also dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen nach oben da schreiben was in die kommentare abonniert unseren youtube-kanal kostenlos und schaltet bis dann rein und tschüss